Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Star Wars Battlefront und heute spielen wir Walker's Soul mal wieder und wir sind im Grunde schon am Ende, das heißt wir werden eine weitere Runde dranhängen, ich bin mal wieder da. Warum ist hier alles leer? Achso, es hat gerade angefangen. Ich bin auch dumm wie... Aber man muss das ja auch erstmal begreifen. So, hier sind wir auch in. Und wir uns den ja, sehr schön. Mit der Kiste, dieser Impulskanon hasse ich zwar wie die PES. Wir haben ihn genascht, sehr schön, vielleicht ist er ja doch ganz gut. Ich hatte einen Lucky Punch ganz klein, aber schade. Ja, Lucky Punch. Gut, sehr schön. Komm, er schießt ein... Ja, richtig Lucky Punch. Wovon wurde ich... Ah, ich wurde von den Doiden. Ach, na super, das war's. Tamala Detonator. Er ist auf einmal wieder. Er war einfach weg. Er ist halt wieder da. Der ist wieder da. Und die Bild von meiner Tür. Ich werde den nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Na, wir fehlen die Platz. So nicht. Ablink, wir aktiviert. Wir müssen ihn reaktiviert. Ah, na, war ich zu sehr damit beschäftigt und hab dann einfach nur rumgeriert. Na, wir fehlen die Platz. Ablink, wir aktiviert. Wir müssen ihn reaktiviert. Ah, na, war ich zu sehr damit beschäftigt und hab dann einfach nur rumgeriert. Ich warte mal, bis der einfach vorbeigeflogen ist. Hier ist aber niemand. Was ist hier? Äh... Ah. Ah, nee, doch nicht. Holen wir. Ach, komm. Komm, der Typ ist doch lächerlich. Er verkommt, dass ich... Da nasche ich ihn. Hier sind sie wieder. Ach, komm. Wann kann ich mich schießen? Er ist fast weg. Der läuft hier. Er... Der lau... Der ist down. Wenn ich jetzt von einer Rakete... Oh! Ach so. Ah, das könnte kritisch werden. Ich weiß nicht, ob er mich sieht. Ne, er sieht mich noch nicht. Ich glaube, ich geh mal raus. Sehr schön. Sehr schön. Dass die Rebellen hier sind, hier ist ja irgendwas voll. Aaaaaaah. Wir haben Boba Fett gealtert. Er ist ganz in eurer Nähe. Oh, oh. Oh, das... Das könnte tödlich werden für mich. Unsere Bordwahl gehen auf Angriffskurs. Kann ich doch nicht? meine reinwerfen. Ihre Überwachung ist der 3! Oh, du Schatz! Sehr schön. Sehr schön. Der Kraftläufer ist angeschlossen. Geht ihm den Rest! Sehr schön. Ah, E3! Ne, schade. Och, komm! Hätte ich mal besser gezielt? Hätte ich den geholt. Was bringt's denn jetzt mit einem Blasterfeier auf den Handfläufer zu schießen? Ist doch sinnlos. Ist doch sinnlos. Och, komm! Ist das wirklich sein Ernst? Er steht mit Boba Fett da oben. Im Ernst? Das ist doch nicht schwer. Ach so! Mal von, wo werde ich grad abgeschossen? Wo ist er jetzt? Der Kostel-Tänger! Feuer wird nicht! Ah, das sieht ja gut aus. Oh, hallo! Das hätte ja klappen können. 9,5. Es ist immer noch gut, aber... geht besser. Boah. Wenn ich mich sonst sehe, ist das... Ja! Neue Ablinks geortet. Rück zu Ihnen in Burg! Kann es sein, dass das Imperium grad nicht so gut ist? So das Gefühl, weil wir eigentlich... Oh! Oh, 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 oh! Wenn... Ah! Dann werde ich hier runtergelackt. Wir hätten das holen können, das Heldenobjekt. Oh nein, jetzt werde ich hier gespawnt. Und dann krieg ich das Heldenobjekt wohl wahrscheinlich nicht. Da kommt... Wirft gleich eh einer rein. Wir sehen alle doof aus. Commander Skywalker hat sich uns angeschlossen. Folgt mich! Da ist einer. Ja! Oh! Warum ist hier diese unnötige Kiste? Die ist richtig sinnlos. Und ich sehe den Scheißtypen nicht. Feindliche Trippen wehren sich! Aha! Ah, okay. Sehr schön, das bringt mir sogar 200p. für Gegenangriff bereit machen! Ah... Ah gut, das bringt mir jetzt natürlich nix. Ah! Er nascht da mich. Scout... Wieder werde ich hier gespawnt. Warum? Ich versuche mal rauszukommen aus diesen Daten. Scheiße, ich habe noch nicht mehr Sprung. Das ist ziemlich schwer. Oh, die Schombes ist jetzt doch recht gelingen, dass ich es schaffe. Ach komm, das ist jetzt im Sonne jetzt nur das Warten, bis ich gedauert werde. Ja, das war sinnlos. Aber warum? Sie haben auch jetzt alles besetzt. Wir müssen die Rebellen halt mal ein bisschen... Bisschen was hier. Puppenreißen ist doch so lecker. Warte mal, eventuell können wir nicht so rum was reißen. Die muss doch... Das ist doch so ein Ausgang. Wenn ich dann den Orbitat... Ja, das könnte klappen. Oh, da sind sie. Aber wieso rücken die bis in das Zentrum vor? Oh, komm. Start. Jetzt das ist gut. Okay, ich will... Zählerfassung des Riving abgeschlossen. Oh, komm. Er schießt da doch einfach... Er wartet da doch nur... Und schießt da rein. Das ist doch lächerlich. Oh, Lucky Punch. Oh, Lucky Punch. Hier ist ja einer. Lucky Punch. Aber das war gut. Sehr schön. Das sah doch mal ganz gut aus. Hätte ich gar nicht gedacht... Ah. Ist die halt Impulskanone das kann. Na, jetzt hab ich den so auf mich selbst angeordnet. Ah, schade. Ah, ganz knappe Kiste. Ich hätte ihn vielleicht geholt. Wahrscheinlich aber eher nicht. Wo? Jetzt ist hier aber echt ein Battle. Ich sehe hier gar keine imperialen Einheiten. Alter. Der AT-AT ist ungeschützt. Das ist unsere Chance ihn zu zerstören. In Ordnung. Jetzt kommen sie hier raus. Konzentriert euch auf den Top-Läuble! Ja, ok. Dann gehe ich hier raus. Ist nicht mehr leider ungeschützt. Oh, komm. Das ist echt... Na gut. Wenn du das kannst... Ja. Da. Das ist jetzt meine Chance. Ah. Oh, ja. Was ist los? Achso. Äh. Das war schlecht gezielt. Oh. Ah gut. Da. Oh. Oh. Ich dachte gerade schwer. Imperium. Einfach mal reinfließen. Kostet ja nichts. Sche... Ja! Komm. Laut unserer Spione ist der Kopfgeldjäger Gova Fett in der Nähe. Seid vorsichtig. Hey, was ist denn das für ein... Komm, der Gommeltal, der sieht mich doch noch nicht mal. Ja, er hackt hier das Game. Und hier hinten welche? Ich stelle mich jetzt hier hin und... Schade. Ist doch recht unwahrscheinlich, dass das... Wirewing meldet positive Zielerfassung. Ah, schade. Ja gut, mit einer intelligenten Rakete holt er mich dann weg. Mit der effizienten Hybrid-Rakete. Ist jetzt aber echt ein Battle. Wer ist das denn? Oh. Ah, der holt mich nicht weg. So holt er mich nicht weg. Nein, das macht er nicht. Ja, so holt er mich weg. Ja. Aber irgendwann ist er besser als der letzte. Der stand da echt nur sinnlos rum. So, der überlädt sich dann. Ah. Na gut, der ist gut. Aber Plotz 3, das ist absolut überhalb meiner normalen Kenntnis. Ja. Na, scheiße. Wir sitzen müssen. Oh. Was ist da jetzt? Wird das jetzt der Aktivieren-Log verweisen? Doch nicht. Er rückt lieber vor. Ach, komm, der sitzt da drinnen, dann geht er raus und denkt sich, komm, wir naschen ihn mal. Das war dumm. Wo ist der? Da hinten. Der ist gut. Ein Kopfgeldjäger weniger. Ja, 23, 23. Ist immer noch okay. Er nimmt die Impulskanone gerade nicht an. Was ist da los? Er nimmt sie gerade nicht an. Jetzt. Scheiße, komm. Habe ich ihm echt viel Schaden gegeben. Aber die Folge ist doch zumindest recht spektakulär. Wir sind immer noch Platz 3. Und ich treffe den Typen einfach nicht. Jetzt entwischt er mir doch nicht. Oh. Huch, 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 huch. Was ist das? Ich habe das Zeichen immer nicht. Oh, ja. Wer wird jetzt kommen? Wie sie einfach da rumstehen. Aber gegenseitig. Wir versuchen zum Beispiel. Und dann natürlich habe ich natürlich keine Chance mehr. Ich früher wusste, ich wusste immer gar nicht, dass man diese... Ja, sehr schön. Aber das schaffen wir trotzdem nicht. Na gut. Aber Rang 10 Sammler noch geholt. Damit ist die Folge doch recht gut beendet. Wir sind Platz 3. Ja, es ist okay. Sturmtruppler haben wir geholt. Das ist alles. Oh, 56 Kills hatte der Heini. Sehr gutes Spiel. Aber auch von uns. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Oh, wir haben die meisten Uplinks geholt. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020